Hallo Leute, zurück bei Fang in Fisch. Wie schon angekündigt habe ich den Zufallsgenerator angeworfen und es kam raus Italien. Deswegen bin ich auf dem Weg jetzt nach Italien, sitze gerade im Flugzeug und habe keine Angel dabei. Ich muss mir alles Angelzubehör noch organisieren, das ist eine ziemliche Hauruck-Aktion. Mal gucken, wie ich das gemeistert bekomme. Ich bin jetzt angekommen. Die Insel heißt Iskia. Das war das erstbeste Angebot, was ich bekommen habe. Die Insel ist traumhaft, unheimlich grün. Überall blühen Blumen. Selbst wenn ich jetzt kein Angelzeug organisiert bekomme, hat es sich jetzt schon gelohnt. So, jetzt mache ich mich auf den Weg in die Stadt und werde gucken, ob ich Angelzeug bekomme. Leute, ich habe mich hier auf den Weg gemacht und habe jetzt in so einem Krimskramsladen, der unter anderem auch so ein bisschen Fisch Angelzubehör hat man nicht. Da habe ich mir ein Set zusammengestellt für 90 Euro. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht das Beste, aber ich versuche mein Glück auch mit dem. Also, da habe ich jetzt Vorfahrschnur, Wirbel, einen kleinen Robler, noch einen kleinen Durchzieh-Bödenkerl. Und dann habe ich eine normale Schnur, die ich gleich hier aufziehe. Diese 3000er Rolle, naja, mal gucken. Und eine Route. Und zwar ist das hier eine fünfteilige, so eine Reiseroute, die kann ich jetzt vielleicht auch öfter mitnehmen in irgendwelche Reisegebiete, falls diese Route überhaupt überlebt. Ja, das ist hier die Reiseroute. 2,40. Na ja, interessant. Mal gucken, ob die was kann. Ja, mit dem Set werde ich jetzt für euch angeln gehen. Und mal gucken, ob mir da was an den Haken geht. Heute bin ich draußen auf dem Boot für euch, wie versprochen. Und ja, ich habe mir hier ein kleines Motorboot gemietet und nach ein paar Spots gefragt. Also viel kam dabei nicht raus, aber ich versuche trotzdem mein Glück. Hier ist eine interessante Stelle vor so einer Klippe. Hier oben, wie seht ihr vielleicht, ist auch ein Leuchtturm. Und hier werde ich mal hier ein bisschen mein Glück versuchen. Und ja, mal gucken. So ein bisschen Spinning. Mal gucken, ob was bei rumkommt. Ich habe gerade meinen Wobbler verloren, den hat abgerissen. Tja, ist blöd, wenn der Bügel umklappt und man auswirft. Jetzt habe ich nur noch diesen kleinen Blinker hier. Mit dem muss ich jetzt auskommen. Ich hoffe, das reicht. Ja, ärgerlich. Naja. So, das hier habe ich nie viel Erfolg. Das ist der einzige Föder, der mir noch geblieben ist. Der andere ist mir abgerissen. Und jetzt müssen wir versuchen, wie das funktioniert. Mal sehen. Noch mal die Daumen. Weiter geht's. Leider hat es nicht mehr geklappt mit dem Fisch. Allerdings beim Schnorcheln habe ich noch einige sehen können. Also sie waren auf jeden Fall da. Vielleicht habe ich nächstes Mal mehr Erfolg. Dann werde ich es mal wieder woanders probieren. Auf jeden Fall wunderschöne Natur, köstliches Essen und zumindest schöne Erholung. Ich kann es jedem empfehlen, auch wenn es mit den Fischen nicht funktioniert hat. Bei der nächsten Folge werde ich nach Schweden fahren und mit diesen Bildern verabschiede ich mich hiermit und werde da auf Hecht und Forelle angeln. Also, seid dabei. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, fang den Fisch. Ciao. Tschüss.